Oh, Fuxi. Hey, YouTube. Herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge, Assassin's Creed. Warten Sie kurz eine Sekunde, ich muss das immer nachprüfen. Okay, passt. Alles gut. Ja, ersetztes Creed Valhalla, Zeichen Ragnarök. Wir sind am Start, wir sind unglaublich hart, wir sind so richtig cool. Oh, ein Schatz, noch ein Schatz. Eine Schriftrolle, da könnte man dann gleich mal wieder in die Arena kloppen, wenn wir dann richtig viele Punkte machen, weil ich würde gern noch eine Tätowierung, okay. Warte mal, wo ist die Schriftrolle? Die ist hier irgendwo. Oben ist sie. So, und dann wo haben wir die Tätowierung? Die holen wir sich auch gleich. Ich sehe sie nicht. Ah, hier. Das ist ja mal cool, dass ich da nicht irgendwo durchkriechen muss. Dies, da, jenes. Zack, zack, zack. Was ist das? Rattenhorden können nicht verletzt oder getötet werden. Okay. Halt's ab, ihr Pischkinder. Machen wir sich gleich den Fluchtweg bereit hier. Lass los. Ja, ich probiere aber ein bisschen den neuen Hamburg gleich zu machen, damit die nicht wieder rauskommen, mein Bier. Machen wir da auch gleich zu. Ah, ihr könnt schon drinbleiben. Haha, eggforn, eggforn. Oh, scheiße, die konnten... Jetzt könnt ihr nicht nur fliehen, oder wie? Jetzt habe ich sie ausgesperrt und nicht eingesperrt. Da. Flвиuten. Flapniuck. Flapniuck. Na, 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 na. Irgendwo war noch eine Truhe. Katze, zeig mir die Truhe. Ach, hier drin. Hey, es regnet hier Opale, oder? Ist es nicht so? So, warte mal, um die Türe zu öffnen. Also, ich kann hier einfach reinkraxeln. Okay, cool. Es wird weh. Ab, ab, ab. Weg, ihr. Zack, zack. Kommt, ihr könnt weggehen, ihr könnt weggehen. Alle weg, alle weg. Schnell zu machen, bevor sie wieder rauskommen. So. Hä, wo ist denn jetzt die Truhe? Ah, hier oben. Und nochmal eine Opale? Dann schauen wir mal, was äh. Achso, nee, das war das Ding, was ich gebracht habe. Cool. Geil, oder? Warte mal, wo ist denn der Typ? Warte mal, wo ist denn der Typ? Ist der Servat weg? Da könnte man. Hinreisen ist nicht möglich. Was ich auch noch brauche, ist Quarz. Ich brauche noch unbedingt viel mehr Quarz, aber das mache ich dann irgendwann mal so. Um meine Fähigkeiten auch zu päppeln. Weil Federn und so, glaube ich, habe ich eigentlich ziemlich gut schon. Da ist er ja. Rudolf, bleiben Sie stehen. Werde ich verfolgt? Kann möglich sein. Okay. Obwohl wir schon, wenn wir schon hier sind, das ist... Wir könnten uns ein bisschen Quarz holen. Oh, voll den Raben in die Fresse. Ui, ui. Wir könnten uns hier ein bisschen Quarz krallen, ne? Wenn wir schon hier sind. Damit wir nachher mal wieder zur Schmiede gehen und... Wir können auch gleich den neuen Hammer gut testen. Aber nicht am Tieren. Guck, guck. Gleich rufen hier. Eieieieieiei. Das hat nicht so gut. Ja, der ist schon gut mit den richtigen Runen und so. Aber ganz ehrlich, was mich stört, das ist eben, dass ich keine Effekte drauf habe. Ich glaube, ich nehme wieder meinen Donner-Gott-Hammer hier. Allein schon dieses Herumgeblitzer. So, ich glaube, du wirst auf Zeit jetzt da drauf gehen. Ich glaube, wie brauche ich da nicht mehr angreifen? Ich weiß ja nicht, wie lang dieser Kettenblitz zieht. Na, ist schon vorbei. Okay. Aber jetzt ist er da. Dieser Kettenblitz ist so geil. Stirb! Stirb! So, erste Quatsch stelle ich hier. Gleich mal holen. Viele Gegner gibt es aber nicht mehr. Ich brauche Hilfe! Was muss ich hier ran? Ja, aber wie kommen die ran? Ich glaube, ich kann ihnen die Tür öffnen. Oder ist schon offen hier irgendwo? Ich glaube nicht, dass sie mir hinterher krabseln. Hey, ich brauche Hilfe! Ich brauche hier mal Hilfe! Ja, mein Stellvertreter. Auch mit einer Donnerachse. Ah, Donnerachse. Donnerhammer. Aber nicht Mönje, sondern aus dem Shop. Habe ich mir gegönnt. Ach, wiederbelebend. Ich gammelte hier rum. Warte mal, ich mach mal die mal weg. Warte mal, ich seh'n nichts. Es ist genug hier, jetzt, okay? Wer weint denn so? Geilo, wir haben Quatsch. So, Leute, ich bedanke mich recht herzlich, gell? Da sind wir geholfen, Max. Aber ist das was? Auch hier oben ist noch ein Schatz drin. Könnt ihr mir da noch helfen aufmachen? Ihr seid ja noch hier, oder? Hey, hierher! Da war doch irgendwas. Oh, das ist ja noch ein Schatz drin. So. Ah, geil. Okay, Ding haben wir auch durch. Oder es gibt hier nichts mehr für mich zu holen. Wir sind hier, ja, haben wir durch. Geil. Sind auch gleich am Ziel, wo wir ihn wollten. Vorher werde ich aber noch ein bisschen meditieren und rasten. Denn ich bin ganz ehrlich, wenn es so finster ist, habe ich echt keinen Bock. Da habe ich echt keinen Bock. So, wir sind aus dem Gebiet. Ich kann auch immer nicht, okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, ich gehe schon ein bisschen trennen. Cool. Ah, vielleicht kann ich mich deshalb nicht rasten. Servus. Ich bin's, der Habe. Habe Tent. Bin ich auch. Und wie das jetzt verwaltt nicht lang in dieser Welt. So ist es. Am Feinden herrscht in diesem Gebiet kein Mangel, sodass ich froh über deine Gesellschaft bin. Hier entlang. Meine Werkstatt ist nicht weit. Hier. Einer. Dein Sonnenstein. Hier hast du also gearbeitet, bevor Muspels Volk hier einfiel? Es ist eine von vielen Werkstätten. Als Ulda an die Feuerriesen fiel und Frithjof und meine Nichte... Türe? Ja. Ich kehrte in diese Stadt zurück und arbeitete mit den Söhnen Ivaldis zusammen, aber ohne Erfolg. Also ließ ich mich fangen und bot Gloth meine Dienste an. Um deinen Sohn zu retten. In dir steckt mehr, als es auf den ersten Blick scheint, Meister Aenna. Der Sonnenstein überblickt Onas Torb, einen kleinen Markt, der schon lange verlassen ist. Wir sehen uns an der Fergelmeermühle und dann schmieden wir den Sonnenstein in eine neue Form. Ich sehe zu, du schmiedest. Ich bringe dir den Sonnenstein. Hä? Diese Unterhaltung war quasi ein bisschen... Wie du siehst, ist einige Zeit vergangen, seit ich zuletzt hier war. Wenn du mir die Frage gestattest, was tut der erhabene Asgard in Zwarteil verheben? Meine Absichten sind deinen nicht unähnlich. Ich habe einen Sohn zu retten. Dazu brauche ich das Relikt. Doch was genau ist bewirkt, bleibt mir ein Rätsel. Ach so? Du bist also nicht hier, um die Zwergenheit zu retten? Wenn Feuerriesen zu erschlagen eurer Sache zuträglich ist, werde ich euch mein Talent nicht voreinhalten. Du bist sehr großzügig. Das wird mir nachgesagt, ja. Fahr doch in Hillheim's Tiefen! Was? Was soll das? Harvey, vergib mir. Was ist? Enttäuschst du mich etwa, Aina? Der Sonnenstein muss unglaublicher Hitze ausgesetzt werden, damit ich ihm neue Formen geben kann. Meine Gerätschaften sind dazu nicht mehr in der Lage. Tut mir leid. Gib ihn mir. Ich bin fähig, jeder Hitze zu trotzen. Natürlich. Du merkst, dass der Vorgang abgeschlossen ist, wenn der Sonnenstein hell leuchtet. Bring ihn dann zu mir und ich beende, was du begonnen hast. Große Worte für jemanden, der so klein ist. So sei es. Jetzt muss ich mich einer Hitze aussitzen, die alles bis auf Feuer, wie sie töten würde. Hoffentlich klappt das. Wenn das eine ausgefehlte Täuschung ist, dann das Tod wesentlich einfacher sei. Aber wieso muss ich mich, warum muss ich mich verdecken, wenn ich die Power hier aktiviere? Aber schau mal schneller, ist weg. Aber schneller leer oder voll ist. Ja, wir haben es verbracht. Brenne ich jetzt? Das würde mich interessieren. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Ja, ich glaube schon. Lass mich mal sehen. Ah, heiß. Reicht das so? Aina. Verzeih, verzeih. Es ist nur so, ich habe davon nur in uralten Texten gelesen und es nie mit eigenen Augen gesehen. Kannst du mich ins Gewölbe bringen oder nicht? Ich denke schon, aber Gloth ist nicht dumm. Er wird sicher Vorkehrungen getroffen haben. Lass Gloth meine Sorge sein. Wie du willst, also. Wenn alles nach Plan verläuft, werden Fethiow und Türe auf ihrem Posten sein, sobald du in Ulda ankommst. In der großen Höhle im Herzen der Altstadt. Und du? Ich muss zu Atem kommen und meine Nerven beruhigen, doch ich schließe mich euch dort an, sobald ich kann. Enttäusche mich nur nicht. Hab ich das schon mal? Ich werde tun, was ich versprochen habe. Das Gewölbe wird dein sein. Geilo. So, wir müssen gleich mal die Punkte hier vergeben. Was haben wir hier eigentlich für ein Ding? Oh, Schata kennt dich schon. Es kostet mich 5. Was haben wir hier? Oh, das ist natürlich, oh, das ist natürlich geil. Okay, aber keine Bosse. Ja gut, aber das könnte ich auch schon. Das ist eine interessante Fähigkeit. Geilo, oder? Da könnte man die Tower erhöhen. Was haben wir hier? Okay. Das wird mich interessieren, oder? Diese Teleportation habe ich sowieso noch nie genutzt. Gut. Aber wir haben gut Materialien. Was würde mich interessieren? Das hier. Wenn ich diese Fähigkeiten nutze, erwachen sie wieder zum Leben. Nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Ich weiß schon gar nicht. Ich muss sowieso überall Punkte reinhauen. Schauen wir mal, ob ich bei der Bären-Ding... Ich glaube, Bären habe ich schon voll gemacht. Da gibt es nichts mehr für mich zu holen. Ich glaube, Bären-Ausrüstung ist durch. Ich glaube, Bären-Ausrüstung ist... Ich glaube, Bären-Ausrüstung ist... Ich bin so... Kommt gut klar, also lucht sich, wo ich es gerade reinhabe. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Gehen wir dorthin. Oder warte mal, lass mal gucken, wo sieht man denn? Ist hier irgendwo was? Das könnte man versuchen, ähm, aufzudecken. Ein Rätsel hätten wir auch gleich hier. Geil, oder? Dann machen wir mal ein Rätsel. Und nachdem wir das aufgedeckt haben, huschen wir schnell mal kurz in so einen Unterschlupf und verbessern uns ein wenig. Was ich aber noch brauche, ist Titan und Eisen und Leder, ne? Ich würde gerne die Waffe, aber ich wollte mal schauen, wie viel haben wir denn schon? Kann ich schon die Waffe aufrüsten. 44, das geht. Das geht. 23 brauche ich hier, zack. 25 jetzt. Machen wir noch mehr Titan. Brauchen wir noch mehr Titan. Oh, Zwergen in Nöten. Ihr Geilo. Uuah! Aus! Verpisst euch! Weg! Ab! Aus! Aus! Weis, weis, das ist so klar wie die. Das ist gestalt worden. War mir klar irgendwie. Hilfe! So Hilfe! Bin ja hier. Ich bin ja hier. So Hilfe! Ich töte dich! Hier! Hilfe! Wo rennst du hin? Hey! Bist du verletzt? Das gleiche wollte ich dich gerade fragen. Dank dir lebe ich noch. Du hast tapfer gekämpft, als ich es könnte. Ich bin gut in Übung. Ich würde dir ja etwas zum Dank schenken. Aber ich hab wohl bei der Flucht meinen Beutel verloren. Bring dich in Sicherheit. Das ist mir Lohn genug. Und doch will ich dir etwas geben. Kennst du die Greiner Hellyer Zuflucht? Eine Höhle voller Kristalle. Dort kannst du mich finden. Diese Tiere, also... Ich schwöre. Ich habe sie sprechen hören. Erst dachte ich, ich würde wahnsinnig, aber es waren Jötner. Sie sprachen davon, zu ihrem Rudel zu stoßen. An einem schwarzen Strand, westlich von Sutris Mühle. Sagte das irgendetwas? Ich bin nicht sicher, aber vielleicht sehe ich mir diesen schwarzen Strand mal an. Sei auf der Hut und nochmals danke. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Greiner Hellyer Zuflucht. Ja, da bin ich dann eh auf dem Weg hin. Da will ich dann sowieso hin. Dachte ich, wenn ich das synchronisiert habe, dann hole ich mir gleich meine Belohnung. Du musst du schon erst vernehmen. Ja, schön. Ich bin ganz sicher. Ach, come on. Das war's. Lass mal kurz auf Kärtchen gucken. Da ist ziemlich viel zu holen, aber wir können ja immer wieder schnell hinreißen. So, da hat's exakt gleich noch nicht. Das verschwinde von ihr, habe ne bitte! Bist du das? Nee. Wo ist denn? Wir können uns bei den neuen Detowierungen uns mal anschauen, was wir haben. Stein habe ich nicht für dich, oder? Du hast Edelsteine für mich, ja? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich werde sehen, was ich für dich finde. Ich habe den einen nicht gefunden, was Masterkarte sehen hat. Das ist sie auch nicht. Nein, ich bin ein Hase, aber Überwechslungsgefahr besteht. Händlerin mal kurz gucken. Du liebes Bisschen, dir ist doch niemand gefolgt, oder? Wir folgen Lieder über meine Taten. Keine Feinde. Gut, wenn du meinst. Nur wenige wissen um diesen Ort. Nicht einmal die anderen Zwerge kennen ihn. So soll es auch bleiben. Gut. Lass mal gucken. Du heißt hier... Zack, dann ein bisschen Eisen gönnen wir sich. Ich habe eigentlich recht gut Kohle. Da können wir ein bisschen Blunder verkaufen. Müsste ich genug rausholen. Oh, schade das an. Und was verkauft die anderen Runen? Ganz wichtig. Wenn du gegen das 20 Meter... Äh, Gift, Rüstung, Attentatsschaden, Schleichen. Unerdeck, unerdeck, unerdeck. Hat die auch was ganz Besonderes hier zu verkaufen, was Haarstyling angeht? Nö. Aber ich bin um überlegen, ob ich nicht... Ob ich mal nicht einen Buschelkopf mache. Weil ich jetzt auch schon so ein Bart habe. So, warte mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da haben wir ja. Diesmal schon. Gleich mal gucken. Würde mich sogar interessieren. Jetzt aber, dass ich so alles rausguckt habe. So, wir haben hier... Okay. Oh, das ist doch geil, oder? Das gönnen wir sich. Für die Ärmchen habe ich nicht, aber für den Rücken nochmal. Oh ja, nehmen wir gleich. Das kostet mich zum Glück alles nichts. So, die Friesen, die ich jetzt habe, feiere ich übertrieben. Okay, finde ich richtig geil. Aber ich glaube, zu so einem Bart... Äh, würden mehr Haare besser passen, oder? Einfach so... Okay, das ist auf der Seite so ein bisschen mies. Oder so. Naja, so nicht. Aber es wäre auch nicht verkehrt. Nee, aber wir lassen es so. Okay. Richtig coole Friesen. Sonst noch etwas? Vielleicht sollte ich lieber woanders hin. Zwei Stunden noch. Oh, da... Da müssen wir schnell sein. Da müssen wir schnell sein. So, wo ist denn die alle jetzt? Die gesagt hat, wir treffen uns hier. Das würde mich interessieren. Wollte ich jetzt. Bist du das? Nee. Da. Quarz. Sicher, Quarz. Titan 100. Oh. Oh. Schönes Ding. Dann habe ich ja jetzt genug Titan, um... ...meine Waffe aufs Maximum hoch zu strübeln, oder? 36. 25. Und jetzt braucht man 27. Okay, geht sich nicht aus. Schade, schade Marmelade. Na, da hängt er sich gerade noch so an. Super. Und jetzt durch. Jetzt durch. Gar nichts mehr. Hey, was habe ich denn gekriegt? Ah, ja, das ist ja. Mal kurz anschauen. Ja. Ja, nee. Nicht so wirklich. Ja, gut, YouTube. Dann wird es das Wesen sein. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Hau da rein. Und immer brauche es an. Tschau. Tschau. Boa, bo fala fem. Na, aberinform排adan. Ja. Vielen Dank.